Yo Freunde, was geht ab? Im heutigen Video gibt es wie jeden Donnerstag mal die neue Eventwoche in GTA Online. Und ich würde sagen, wir reden auch gar nicht ewig herum, aber Leute, ich habe gesehen, dass nur 20% meiner Zuschauer auch Abonnenten sind. Seid also Teil dieser Elite und abonniert jetzt diesen Kanal, um nichts mehr rund um GTA Online zu verpassen. Aber ich würde sagen, wir labern auch gar nicht ewig herum, sondern beginnen direkt mal mit dem Video. Let's go! So, beginnen wir doch wie sonst auch immer mit den Missionen, wo wir diese Woche extrem viel Geld machen können. Und zwar wäre das zunächst einmal Dreifachgeld und RP auf die Business Battle, sowie Doppeltgeld und Doppelt-RP auf die Hot Ring Circuit Rennen, dann auf die Issy Classic Rennen, auf die RC Bandito Rennen und auf die Spezialfracht Missionen. Ein Geschenk gibt es diese Woche, wie sonst auch immer, und zwar ein neues Podiumsfahrzeug und das ist diese Woche der Reaper. Was kann man zu ihm sagen? Naja, er ist jetzt nicht unbedingt das schnellste Fahrzeug in GTA Online, aber ein absolutes Muss für alle Lamborghini-Fans da draußen. Das bedeutet, wenn ihr diesen noch nicht habt, dann solltet ihr mal ganz schnell zum Casino gehen und euch das Fahrzeug gratis am Glücksrad abholen. Und solltet ihr diesen bereits besitzen, dann geht trotzdem ins Casino, gewinnt ihn kostenlos und verkauft euren alten, dann bekommt ihr sogar noch ein bisschen Geld aus dem Ganzen raus. Wenn ihr sonst noch Geld in GTA braucht, dann habe ich eine super Nachricht für euch, denn ich werde im Laufe der nächsten Woche ein neues Gewinnspiel auf Instagram starten. Folgt mir also auch ganz schnell am besten auf Instagram, ich heiße dort julex-yt. Da bekommt ihr Informationen zu GTA deutlich früher und verpasst auch kein Gewinnspiel mehr. Aber genug Werbung. Machen wir direkt mal weiter mit den Rabatten für diese Woche. Und zwar gibt es 40% Rabatt auf alle Nachtclubs, 60% Rabatt auf den Hotring Zapre. Er kostet jetzt nur noch 332.000 Dollar. 40% Rabatt auf die Strikeforce. Diese kostet jetzt 2,28 Millionen Dollar. Und 35% Rabatt auf die Oppressor, nicht auf die Mark II, sondern nur auf die normale. Sie kostet jetzt 1.722.000 Dollar. Außerdem gibt es noch 40% Rabatt auf alle Laserwaffen. Das neue Premium-Rennen nennt sich A Sign of Things to Come. Das neue Zeitrennen Tongva Valley. Und das neue RC Bandito-Zeitrennen Construction Site 2. Und seit Wochen gibt es jetzt auch endlich mal wieder Twitch Prime Sonderaktion Rabatte, wie man es nennen möchte. Und zwar 80% Rabatt auf den 811. Er kostet jetzt nur noch 227.000. Und 60% Rabatt auf den Drift Yosmite. Er kostet jetzt nur noch zwischen 223.000 und 392.000. Wenn ich euch davon ein Fahrzeug empfehlen darf, dann ist es auf jeden Fall der 811.000 für 80% Rabatt. Und nur 227.000 bekommt ihr hier einen erstklassigen Supersportwagen. Den solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und das, meine Freunde, war jetzt auch schon das gesamte neue Video. Vielen Dank an alle Zuschauer und Abonnenten, die diesen Kanal unterstützen. Ob es mit einem Daumen nach oben ist oder natürlich, indem sie das Video teilen oder ihn einfach abonniert haben. Ich möchte mich besonders bei meinen VIPs bedanken. Denn ich bin jetzt etwas länger im Ausland als eigentlich geplant. Vermutlich bis Mitte Juli. Und ihr unterstützt mich dennoch weiterhin so extrem. Vielen herzlichen Dank dafür. Das muss auch einfach mal gesagt werden. Nun gut, Freunde. Denkt jetzt noch schnell an das Gewinnspiel auf Instagram, welches bald starten wird. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag. Haut rein. Bis bald. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.